Die Leibesfrucht spricht Wenn aber diese neun Monate vorbei sind, dann muss ich sehen, wie ich weiterkomme. Die Tuberkulose? Kein Arzt hilft mir. Nichts zu essen, keine Milch? Kein Staat hilft mir. Qual und Seelennot? Die Kirche tröstet mich, aber davon werde ich nicht satt. Und ich habe nichts zu brechen und zu beißen und stehle ich, gleich ist ein Richter da und setzt mich fest. 50 Lebensjahre wird sich niemand um mich kümmern. Niemand. Da muss ich mir selbst helfen. Neun Monate lang bringen sie sich um, wenn mich einer umbringen will, sagt selbst. Ist das nicht eine merkwürdige Fürsorge?